Vorhin gab es ja erst ein Video auf meinem Kanal hier vom Testserver, wo wir uns die neue Reiserheldin angeschaut haben. Genau ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video veröffentlicht habe, gab es eine weitere News und zwar, dass wir einen neuen dimensionalen Charakter in AFK Arena erhalten werden. Es gibt auch schon ein, zwei Leaks, die werde ich euch natürlich noch zeigen. Bevor wir das Ganze aber machen, ist es auch nochmal wichtig hier auf die noble Taverne und auf Dolly zu gehen, denn hier gibt es auch schon mal einen kleinen Hinweis und zwar, dass das Ganze halt auch stimmt. Klicken wir einmal kurz auf sie und warten wir mal, bis der Text kommt und zwar haben wir es hier. Der junge Dämonenkönig hat die Konflikte zwischen den Reisern und den Grenzdörfern des Kaiserreichs problemlos gelöst. Beeindruckend, nicht wahr? Merkt euch das Wort Dämonenkönig, denn das bezieht sich nämlich auch auf die Leaks. Das Ganze stimmt somit nämlich überein. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns auch schon mal direkt das erste Bild an. Das habt ihr hier natürlich eingeblendet. Das Ganze wurde schon ein bisschen vorgefertigt, also so ein kleiner Leak russisch. Deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass das Ganze von AFK Insight stammt. Wir können hier oben auch die Kollaps sehen, also AFK Arena und eben der Anime. Ich persönlich kenne diesen Anime nicht. Ich bin sowieso nicht so in diesem Anime-Ding drin. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den kennt und mir auch mal in die Kommentare schreiben könnt, ob das ein weiblicher oder ein männlicher Charakter ist. Denn ich habe das ganz vorhin gegoogelt und ich kann es euch auch noch mal einblenden. Und zwar ist Rimuru weiblich oder männlich? Wissenswertes, auch wenn Rimuru eigentlich geschlechtslos ist, so wird dieser im Deutschen dennoch stets vermännlicht, wenn über ihn geredet wird. Deswegen, falls einer von euch diesen Anime kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Sieht aber jetzt auf diesem Bild zumindest eher ein bisschen weiblich aus, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu dem zweiten Bild. Das ist auch von AFK Insight. Das wurde aber übersetzt. Ihr könnt hier nämlich schon mal so ein bisschen die Fähigkeiten sehen. Ob das jetzt wirklich komplett final die Fähigkeiten sind, keine Ahnung. Da müssen wir dann natürlich noch mal abwarten. Sobald dieser Held dann auf dem Testserver erscheint, werden wir uns das Ganze natürlich auch anschauen. Was wir aber bereits sehen können, ist, dass dieser dimensionale Held ein Magierheld wird. Und das wird ein Intelligenzbasierter. Also das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Und was mir persönlich auch mega an diesem Bild gefällt, ist rechts oben, wo wir diesen Helden sehen können. Das heißt, ich vermute mal, dass der ungefähr so auch im Spiel aussehen wird. Wenn man auf den Helden drauf geht, wird er da so stehen. Wir können ihn uns so anschauen. Und ich muss sagen, sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr cool aus. Und was wir uns auf diesem Bild auch noch anschauen können, ist, weshalb ich euch ja auch gesagt habe, merkt euch das Wort Dämonenkönig. Da oben steht ja der Demon Lord Rimuru. Der Demon Lord, der Dämonenfürst, der Dämonenkönig, wie auch immer. Also auf diesem Leak steht es und in AFK Arena auf dem Testserver nach dem Update steht es auch in dem Dialog von Dawley. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und schreibt mir natürlich, wie gesagt, sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob ihr diesen Anime kennt. Das soll es in dem Fall dann gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten AFK Arena oder AFK Journey Video. Macht es bis dort schon auf jeden Fall gut und ciao.